So Leute, ich bin die ganze Zeit noch FIFA nebenbei am Spielen, aber jetzt soll ich mir da kommen, holst noch ein bisschen XP, einfach nur um noch ein bisschen zu leveln und ihr seht selber, ich weiß nicht wer Lombo 222 ist, aber auf jeden Fall vielen vielen Dank jetzt schon mal für das Geschenk, ich kann immer nur wieder danken für euren ganzen Support, weil das Problem ist halt einfach zur Zeit ist bei mir, was Fortnite betrifft wirklich so ein bisschen die Luft raus. Also ich habe jetzt bei FIFA ein bisschen mehr wieder gespielt, habe auch die Weekend League jetzt so gespielt nebenbei und muss sagen, ich weiß nicht, ich bin auch ManEater ein bisschen am Dabbeln und das ist irgendwie ganz komisch. Das Problem ist halt nur, soll ich andere Sachen bringen als Livestream oder nicht, ich habe keine Ahnung. So jetzt gucken wir erstmal was Lombo uns geschickt hat, in 3, 2, 1, ich habe keine Ahnung was drin sein kann. Nein, ach man, ich sage jetzt schon mal vielen vielen Dank für den Skin und alle die den Skin noch nicht haben, es ist wirklich eine der schönsten 800 V-Bag Skins, die wir haben in meinen Augen. Und in dem Sinne auf jeden Fall nochmal vielen vielen Dank Lombo und schreib mal bitte in die Kommentare wer du bist, weil den Namen kann ich gerade wirklich absolut nicht zuordnen. Also in dem Sinne, haut rein. Also in dem Sinne, haut rein. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.